Wenn man einen Muslim tötet, geht man in das Höllenfeuer? Ja, die Androhung ist da. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَيْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَنْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيَهَا Derjenige, der dann einen gläubigen Muslim tötet, so ist seine Endstätte Jahannam, auf ewig darin zu bleiben. Ahl-Sunnah wal-Jama'ah haben bezüglich des Wortes ewig zwei Bedeutungen. Zwei Bedeutungen. Ewig kann manchmal heißen, ewig, ewig, ewig. Und ewig kann manchmal heißen, eine lange Zeit. Weil kein Muslim, auch wenn er einen anderen Muslim mu'min tötet, wird für ewig ins Höllenfeuer, im Höllenfeuer bleiben. Warum? Weil das die Akhida von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah ist. Jeder Muslim, der als Muslim gestorben ist, wenn er auch ins Höllenfeuer hereingeht, wird irgendwann herauskommen. وَالَّهُ تَعْلَى أَعْلَى وَالَمْ ALLAHU, 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 ALLAHU... ALLAHU, 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 ALLAHU... Vielen Dank.